So, Dieter Hallervorden alle zusammen. Sollte ich in der letzten Episode gesagt haben, dass Grün das Doppelte von dem Gesamten ist, was da an Farben zur Verfügung steht, oder irgendetwas ähnliches, dann tut's mir leid. Ich habe falsch vorgelesen, weil ich mich kaum hören konnte. Äh, jetzt ist es korrekt. Und sollte ich das mathematische Problem jetzt korrekt gelöst haben, dann sollte es nach folgendem Schema aussehen. Grün 4, Gelb 1, Blau 1, Rot 2. Und in der Summe sind das 8. Von daher habe ich das Rätsel gelöst. Fragt sich halt nur, wo das angegeben werden kann. Schwer zu sagen, denn jetzt stellen wir uns leider einem etwas größeren Problem, nämlich diese Steine hier möchten eine Antwort von uns. Und das hat irgendetwas damit zu tun, was die Geister möchten. Mit welchem Wort möchtest du den Stein besprechen? Na mal, abgesehen davon haben wir hier dieses Dingeling. So nützt das nichts, aber lasst euch von einem abrupten Abend was sagen, wie wir hier... Da fällt ein Hebelarm. Misch, wenn ich, äh, misch ich mich in deinen Kräuterkram küken? Und nun die offizielle Version. Da fällt ein Hebelarm. So geht's. Das bringt uns so lange nicht so lange, wie das Rätsel noch nicht gelöst haben. Abgesehen davon... Glaube nicht, du hältst mich auf, geistiges Gestein. Den hatte ich vorhin schon angesprochen und der hat ihn lediglich angeknurrt. Ihr habt also nicht wirklich irgendwas verpasst. Die wollen alle was für uns. Gut, dann zurück zu den Geistern und vielleicht mal herausfinden, was die so plagt. Hocken, Hocken, stark und schlau grab ich eilfrig meinen Bau. Wie das rote Tier mit List, da es doch mein Vorbild ist. Doch wie hieß es, frag ich mich, habt's vergessen. Fürchterlich. Es ist der Fuchs und das sollte eine sehr legitime Antwort sein, die wir gleich hier oben eingeben werden. Verzeiht, wir besprechen natürlich diesen Namen mit diesem Gestein. Welches wahrscheinlich der hier ist. F-U-C-H-S Ne? Ich schaue mal auf der falsche Stein. Auch nicht gut. Oder nicht so gut. Das muss auch noch der richtige Stein sein. So, wär mir rot. Ohne Lohre fang ich erst gar nicht an. Ja dann, äh, auf, auf. Fort. Lohre zum Ziele gebracht und dann beladen mit gutem Steine. Hm, ich hätte gerne... Wie viel brauchten wir? Was hab ich gesagt? Wo hab ich meinen Zettel hingeworfen? Es sind zweimal rote Steine. Hervorragend. Zurück. Hui. Andererseits bringt es jetzt noch gar nichts, die Lohre zu beladen. Denn wenn man die Map verlässt, hat man die Steine wieder resettet. Ups. Ich ackere, hacke immer vor, Tag ein, Tag aus an diesem Ort. Halme, Grüne möchte ich sehen, doch darf ich nimmer fort hier gehen? Was wogt im Wind auf breiter Flur? Was war es noch? Wie hieß es nur? Gras. Hm, und es war korrekt. Ganz im Osten hacke ich, denke oft ganz wehmütig an das, was mir am fernsten ist. Oh helles Blau, wie weit du bist. Mal bist du klar, dann wieder wolke ich doch deinen Namen, den vergaß ich. Der Himmel. So, jetzt hören wir sehr gut zu, Steinchen. Himmel. Hervorragend. Das sind da mal intelligente Steine. Hätte ich nicht erwartet, dass die Minenarbeiter zu solch einer Technologie fähig sind. Und der letzte der Vieren, der unterste. Als unterster dafür drängt mein Herz zu ihr. Ich grab im Fels in finsterer Nacht und hab mich um ihr Licht gebracht. Die Oberwelt bestrahlt sie fein. Nachfiel mir doch ihr Name ein. Die Sonne? Die Oberwelt bestrahlt sie fein. Pff, hey Steinchen, wusstest du schon? Sonne. Was, ein E? Pff, pssch. Hervorragend, gut. Jetzt können wir die Lore auch endlich mal beladen. Speichern vielleicht nochmal, denn wir haben jetzt hier Großes geleistet. Und wir werfen da erstmal zwei rote Steinchen rein. Dann ein gelbes Steinchen. Vergessen wir auch bloß das blaue Steinchen nicht. Und von grün genauso viel wie alle anderen. Ups. Und von grün genauso viel wie alle anderen. Zusammen. Zwei, drei, vier. Sind in der Summe dann acht. Ein Rätsel in einem Rätsel. Das gefällt mir. Und wenn wir es jetzt richtig machen sollten. Und nun? Ja! Auf Anhieb. Ich bin so schlau wie Kluki. Das gefällt mir. Mir auch. Die Helden erhalten ganze 500 Erfahrungspunkte. Und ein Erdbeben. Was ist das? Zu viel gefreut. Raumzeit kontinuum. Verzwimmelt. Die Decke kommt runter. Raus hier. Raus. So schnell wie möglich. Ja, aber ich will hier rein. Ist das raus? Keiner Augenblick zu früh. Man lässt doch nicht einfach die Steine wackeln, wenn man keine Ahnung vom Bergbau hat. Piep nicht immer im Nachhinein so voll und rumkücken. Wir hätten wahrscheinlich auch nach draußen gehen können, oder? Und dann hätten wir das ja alles verpasst. Vermeine Decke noch mal. Ich hab dich gesehen. Sie können sich nicht verstecken, ihr Piepert. Keine Ahnung, was ich hier rede. Also wenn ihr denkt, dass der da einen vorzüglichen Witz gerissen hat. Ich weiß selber nicht, was ich sage. Gisuf erhält 200 Erfahrungspunkte. Die Kiste enthält einen starken Eiltrank. Und fünfmal Eisenerz. Und vor allen Dingen liegt hier ein Skelett. Dem geht's gut. Relax hier die ganze Zeit. Ja nun, seht nur, wie der hier liegt. Dieser Bergmann ist voll kaum lang ausgeschreckt auf den Tisch gefallen, als ihn der Nebel packte. Vielleicht hat er auch gerade... Nein, es ist noch nicht jugendfreie Zeit. Er wurde so gelegt. Bist du sicher? Glaube mich, ich kenne diese Haltung. Der Zauberer. Er plante wohl irgendein scheußliches Ritual. Aber diese Suppe haben wir ihm versalzen. Sehen wir uns doch mal um. Es sieht mir nämlich danach aus, als ob es danach kein Zurück gäbe. Oder als ob wir hier ein Monster, einen Dämonen, einen Geist, einen Boss bekämpfen müssten. Die einst festen Türen und stabilen Fächer scheinen innerhalb kürzester Zeit verrottet zu sein. Genauso wie der eigentliche Inhalt des Schrankes. Es wäre natürlich auch gut, wenn der Erzähler einfach sagt, Achtung, ab diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Besser doch mal speichern, weil das so organisch ist. Ein Klüppchen Eisenerz. Nun in meiner Tasche. Eins, zwei, drei, sechs Betten. Anscheinend haben die Bergleute manchmal auch in der Mine übernachtet. Ja, das zeigt sich ein Abenteurer aus, dass ich so etwas zusammenreiben kann. Ja, ja. Und was nützt uns diese Information? Nun, sie... Also, das zeigt sich wieder mal, wie wenig du von diesem Ding verstehst. Hm. Das untere Bett ist mit den Exkrementen eines wirklich liederlichen Tieres übersät. Kann etwa doch etwas in diesem Nebel leben? Eine Ratte anscheinend. Gissel findet eine einzige Münze, aber eine wohlverdiente Münze. Gut, ich schätze, wir haben uns hier gut rumgesehen. Oh. Ja, das sieht jetzt gar nicht mal so schlimm aus, wie es den Anschein hatte. Bei Talma, da ist einiges aus der Decke gebrochen. Einiges. Ja, holla, die Waldfee. Wie weit kann man denn jetzt zurückgehen? Hier ist ja gar nichts eingestürzt. Na gut. Befreien wir den Letzten. Befreien wir den Letzten Geist. Und so ist mir auch der Letzte zurückgegeben. Hab Dank, ihr Narren, sagt wahrscheinlich der Zauberer. Zauberer, bist du das? Zeig dich, Feigling. Hör auf, deine Stimme zu verstellen. Ihr wollt ein Gesicht? Ja gut, nehmt mit diesem Vorlieb. Ja, damit kann ich leben. Welch zauberhaftes Lachen. Drei Zölping und eine ahnungsloser als der andere. Glaubt ihr, meinem Willen widerstehen zu können? Ich war nur kurz geschwächt, doch nun habt ihr mich neuerlich gesättigt. Seht nur, wie meine Kraft pulsiert. Oh nein, transzendente Pupsierung. Der Nebel gewinnt in Kraft. Mal sehen, wie es ihn bekommt, wenn ich ihn den reinigenden Schein schmecken lasse. Heiliger Schein. Vergehe, Dunkles, das Licht erstrahlt. Ja, aber Holla. Das ist aber anders geplant. Zu spät, kleiner Paladin. Mit jeder neuen Seele wächst meine Kraft. Und gleich verschlinge ich drei weitere. Wolle, wie du willst. Ich weiche nicht. Zeig ein Aar. Raus, sieh raus. Was haben wir nur getan? Hätten wir ihn mal liegen lassen sollen. Keiner hat damit recht, denn dass der Zauberer ein Skelett ist oder so. Oder was auch immer das war. Da, 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 da. Oh, das hätte ich früher anstimmen müssen. Puh. So, super Metroid Musik halt. Geflohen von dem Gewaber der Dunkelheit. Ich. Und wir kamen dir kaum hinterher. Du musst einen Hasen in der Verwandtschaft haben. Kein Wort mehr über meine Familie, Hexe. Sonst, sonst was? Das war ein Witz. Ruhe, alle beide. Wir haben uns schön übertölpeln lassen, wie grasgrüne Anfänger. Übertölpeln? Was meinst du? Ist das nicht klar? Der Zauberer wird sich schön ins Fäuste lachen. Wir haben für ihn den Nibel entfesselt. Der Hexer? Kein Hexer. Ein Zauberer. Bitte sehr. Ich nehme diesen Unterschied sehr ernst. Von mir aus. Der Zauberer musste nicht einmal selbst Hand anlegen. Wir waren seine willigen Esel. Das kann nicht sein. Ein Paladin dient dem Licht. Keinen dunklen Machen schaften. Niemand schwingt dich, diese Sache irgendjemandem auf die Nase zu bitten, Jungschen. Ich soll gegen das Gebot der Wahrhaftigkeit verstoßen? Pfui! Ah, Wilder. Pfui, pfui, pfui. Zurück ins Körbchen. Kein Leckerli für dich. Hm, wie du meinst. Er tratscht unsere Esellei eben herum. Aber welchem Zweck dient das alles? Was gibt es da auch schon groß zu fragen? Einem Zaubererzweck. Damit dürfte alles gesagt sein. Jeder hasst Zauberer. Vorsicht hinter dir. Der dunkle Arm des Verderbens. Der Nibel, der tritt Usamine heraus. Auf zum nächsten Hasenlauf. Hui! Bye, bye. Ja, haben wir es damit ruiniert? Ist das Dorf dem Untergang geweiht? Also in Untergang geweihter als sowieso schon? Weil ihr kennt ja die Steigerungsform von Untergang geweiht. Untergang geweiht, Untergang geweihterer. Am Untergang geweihtesten. Haben wir ihn abgehängt? Wohl kaum. Der Nibel walt aus dem gesamten Berg. Gut Job, Us. Tja, äh... Abenteurerregel 8. Renn schneller, als der Gegner fallen kann. Abenteurerregel 8? Die hast du dir doch eben gerade ausgedacht. Es ist egal, wie alt die Regel nun wirklich ist. Sie hat funktioniert. Darum geht's. Ich... Ich hab nicht den Eindruck, als ob wir jetzt hier irgendwas Positives gerissen hätten. Aber wir haben ein Abenteuer erlebt. Und darauf kommt es ja an. Puh, besser mal speichern. Und dann ganz waghals ich noch mal schauen, was im Bruch und Feld so abgeht. Ach! Abenteurerregel Nummer 8. Schnell. Uh, 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 uh. Vorhin klang ich noch etwas anders. Wird's jetzt noch mal, äh, variiert? Abenteuer, schnell. Abenteurerregel Nummer 8. Schnell. Ach, schade. Hätte man hier schön variieren können. Na gut. Dann war es das anscheinend von diesem Örtchen. Wir haben auch ein bisschen was davon erfahren, was es mit diesem Nebel wirklich auf sich hat. Und wahrscheinlich haben wir ihm gerade sehr effektiv zugespielt. Yippie. Was ist denn so der nächste Anhaltspunkt auf unserer Reise? Wohin soll es hingehen? Mitten auf der Wiese macht Valdrada einmal Saftblatt aus. Exzellent. Doch was wir jetzt wirklich machen wollen ist... Nochmal durch den Wald zurück. Ganz an den Anfang. Denn wir müssen einen Brief abgeben. Nein, ich habe es nicht vergessen. Oh, äh, da steht ja das. Das hatten wir auch schon mal. Ähm, niemand. Lasst ihn mal da, wo er ist. Das majestätische Getier. Vorerst. Ich habe mir sowieso nicht durchgelesen, um was es geht. Und, äh, vielleicht öffnen sich jetzt für uns neue optional Wege. Oh. Die haben doch immer noch den Zauberstab. Aber erstmal schauen, ob wir die Kiste öffnen können. Ja, sie lässt sich endlich öffnen. Wir sind... Ne, doch nicht. Oh, das war auch nicht gut. Verdammt, das dumme Ding ist verklemmt! Schloss ist verklemmt. Grundeinig, mein Meister, der Schlösser. Ich habe es ruiniert. Ich habe es komplett ruiniert. Durch furchtbares Timing. Na egal, ich werde den Spielstand deswegen nicht laden. Es ist entweder die Gleichheit... Alter, Alter, Alter. Au, Alter. Holen wir sie halt nicht zurück. Sie wäre wahrscheinlich sowieso nur ein Geist. Äh, sammeln wir weitere Eichhörnchen, denen wir den Kopf abbeißen können, um unsere Lebenspunkte zu regenerieren. Und wir sehen uns dann wieder... beim Horte der Paladine.